Was ist ein FIGA-2P? Das ist ein 6-3er, ne? Ja, schön, dass du mir die anmodellst. Ist ja auch geil. So, herzlich willkommen nochmal zu einem Review. Und zwar aus folgenden Rund. Ich und Sven waren gerade dabei, schön Russen mit 5-3er zu fahren. Dabei ist was Interessantes passiert. Wir waren hier in Italien. Und wir waren uns schon richtig für eingeschränkt. Wie ihr seht, ich habe auch schon zwei Panzer voll und ohne wirklich was zu machen. Und was jetzt in der Runde passiert, ist ganz interessant. Ja, und da habe ich wohl gewollt, war es jetzt ein FIGA-3er. Und ja, viel Spaß mit dem Video und bis dann. Und ja, viel Spaß mit dem Video und bis dann. Und ja, viel Spaß mit dem Video und bis dann. Und ja, viel Spaß mit dem Video und bis dann. Ach, Leck. Ja, in der Schalz bin ich echt geärgert auf den Tiger. Aber ich meine, Tiger hat so viel schuld von mir und ich konnte nicht schießen, vielleicht ärgerlich. Ich habe mich nach HV noch weggenommen. Also ich habe diesen riesigen roten Tönerpunkt und ich habe es auch echt auf dem Min-Web gesehen und dachte mir, oh Gott, jetzt bist du gleich nicht. Aber so gut tat es ist nichts. Erstmal! Alle b说er. Oder doch. motivated! Thousand M такой ist noch etwases! Хalak! D. D. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 und ich muss noch mal rein, ich habe einen 2D, der hat mich doch geschwäßt, der muss sich erst glaube ich 20, 30 Minuten restaurieren. 1.24. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Ja und da, also deswegen, wenn ihr mal echt zweimal rausgenommen werdet, tut auf jeden Fall nicht auf. Ihr seht, mit einem Panzer kann man auch ordentlich was reißen. Und wir dachten halt echt, die Runde wäre gelaufen. Und ja, wie ihr seht, haben wir uns da deutlich geirrt. Und deswegen immer weitermachen, weil man kann echt noch eine gute Runde rausholen. Juti, bis zum nächsten Mal. Tschüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüü Vielen Dank.